Oh, guck mal! Hey! Äh, Leute! Ach, cool! Einfach hier, glaub ich, durch. Ja, mach ich. Tschüss. Warte, andere auch. Ich wollte die andere Stange noch wegmachen. So, die können wir nämlich jetzt hier durchziehen. Die brauchen wir bestimmt gleich noch. Ähm. Wuh! Äh, nein, ich hab die Stange. Ja, sehr gut. Ja, Stonich! Ich hab die Stange. Ach, wir müssen das verschießen. Oh, ich will ins Katapult. Nein, nicht. Wir müssen Matze verschießen. Ja, wir müssen alle in den Katapult. Oh nein, ihr rollt weg. Warte mal, jetzt müssen wir das wieder spannen hier. Oh, hoffentlich ist das nicht. Oh, oh. Oh, oh. Wir müssen die Mauer kaputt machen, wa? Ist so. Matze, du bist im Weg. Ja. Ich hab einen Stein. Die Mauer von der Burg. Ach so. Oh Gott. Ach du Scheiße. Drehen Sie, der Wolf. Aha. Ja, das sieht so aus. Du sollst das Katapult nicht bewerben. Halt, nicht mich bewegen. Da steht bestimmt schon richtig. Warte, warte, warte. Ich hab einen Stein. Ich hab einen Stein. Das ist nicht so einfach. Ich hab einen Stein. So? Au. Ich wollte dir meinen Stein zeigen. Und. So. Der ist schön. Oh, krass. Warte, ich stell mich davor. Ich stell mich davor, damit es nicht wegrollt. Nicht wegrollt. Ich fasse jetzt. Super dazu. Die Musik ist klasse, ne? Ja. Minecraft. Nein. Was ist das denn? Ich krieg den Stein da nicht rein. Okay, helfen. Komm, ich helfe. Vielleicht ist der zu groß. Nein, das muss gehen. Ja. Nein, ihr schiebt dich weg. Warte, ich fasse von der anderen Seite nochmal. Nee, nix. So, und jetzt springe ich ein bisschen. Au. Au. Du, du crushed mich. Ja, warte mal. Ich steige mal da oben drauf. Und dann, nein, nicht, nicht, nicht wegziehen. Nicht, äh. So, warte. So. Ja, nimm mal hin. So, und jetzt? Nimm das entgegen. Ich hab's. Oh, fast. Ein Stück noch. Hüpfe mal. Jetzt. Oh. Warte. Ah. Oh. Oh, oh, oh. Oh, langsam. So, warte. Ganz, oh. Ich glaub, wir schießen Wölven einfach mit. Nein, nein, bitte nicht. Na. Da. Warte, wir nehmen einen kleineren Stein. Nee, ich finde gut. Der passt da nicht rein. Der passt da sowas von. Man muss das nur wollen. Der ist gerade am Boden. Man muss das nur wollen. Oh, Stein. Was macht Matze eigentlich? Der ist so still, ne? Der macht bestimmt scheiße. Ich hab, äh, nein. Hakt irgendwo hinter den Beeren. Das funktioniert nicht. Das geht super. Hier, hier, geh weg. Oh, ja, dann loslassen. Komm mal zu mir. Okay. Du musst da runtergehen. Das schafft er doch nicht. Ich will mit. Das schafft er doch nicht so. Na klar. Warte. Hier ist irgendwie ein Barker. Komm ja, du nicht rauf. Ja, diese Stange in der Brücke mal zu. Das sieht gut aus. Toll. Gut gemacht. Hast du toll gemacht. Weil ihr das Ding verschoben habt. Ich war das nicht. Die Mauer nicht mehr. Komm, wir schieben ihn einfach wieder zurück. Da vorne, vor dem, vor dem, äh, Katapult liegt auch ein Stein. Nein, das war die ursprüngliche Position. Ach so. Dann müssen wir nach vorne schieben. Nein, wir müssen nach hinten. Du hast ja gerade gesehen. Der ist ja über die Mauer. Nee. Aber das funktioniert hier nicht. Stopp. Was willst du denn? Ach, hast du ein Brecheisen? So. So weit. Das lag hier rum. So ist super. So ist super. Damit wollte ich eigentlich zwischen den zwei Türflügeln den Riegel hochdrücken. Oh, meinst du das? Ja, ich weiß nicht. Der Riegel bewegt sich auch so ein bisschen, aber. Da, Weinstein. Hervorragend. Okay, ich rede mal aus dem Deck. Es ist total schwer, den da überhaupt. Da, Weinstein. Aber wofür brauchen wir dann dieses Holzdingsbums? Das ist so so rumpackt. Das Holzdings, das habe ich da nur mit hingeschleppt. Ich und mein Stein. Du hast einen wunderschönen Stein, Lix. Guck mal, wie ich mit dem Tanzen mache. Oh, jetzt. Ich und mein Stein. Halt doch. Oh nein, das ist. Das ist hervorragend, machst du das. Das ist der Steintanz. Sehr schön. Es regnet gleich Steine. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Er kriegt den Arm nicht höher. War das nicht irgendwie? Vielleicht geht das auch ohne Dingsdanz einfach. Aber das nennt man auch Steinausdruckstanz. Steinausdruckstanz. Ja. Jetzt kommst du mit Stein. Hier rein da, Stein. Der ist viel zu leicht, der fliegt wieder drüber. Ich probiere auch mal. Wow. Ja. Auch wenn ich noch die weniger nicht vollkommen werde. Das wird mir jetzt zu blöd. Schon gemacht, Wolven. Ja, komm. Bier ruhig mal. Tschüss. Ich muss den erst mal zu Kassen kriegen. Ja, das ist... Man kann sich ja noch nicht mal in Ruhe umbringen. Ich nehm den Stein einfach mit und geh da rüber und schmeiß mit dem Stein die Bauer. Ja, mach mal. Mach mal. Geh das mal. Steins auf den Katapulten. Kann ich das wenigstens hier in Ruhe machen? Ich brauche schon Katapulte. Mit dem Katapult. Katapultis. Wird das viel einfacher. Wer hat denn hier die Stange hingelegt? Entschuldigung. Hier, mach die Mauer kaputt. Yeah, geht voll. Wir brauchen gar kein Katapult. Katapult. Ach Susi, wir können hier weiter. Ach so, okay. Ich bringe meine Stange mal mit. Hätt ja sein können. Oh, pass auf. Mama kaputt hier. Tschüss. Jetzt will er nicht mehr. Eben ging's voll toll. Wirst du? Yeah. Der Katapult ist voll hilfreich. So. So. Können wir eigentlich auch rennen irgendwie? Nee, ne? Äh, äh. Aber meinst du deine Klingensbrecheisen brauchen? Ich mach das Tor trotzdem auf. Nur, weil es jetzt so eine persönliche Sache war. Persönliches Ding mit dem Tor. Für mich macht er das Tor auf. Genau so ist es wichtig. Genau so. Möchtet ihr wer was kaufen? Ja, ich hätt gern Eis. Schoko-Eis-Creme, bitte. Ich hab kein Eis. Wieso haben wir keine Eis? Mittelalter hier gibt's kein Eis. Wieso haben wir die Mittelalter? Also die Tür ist zu da, die da. Dann hätt ich gerne... Wie sie da schön drauf zeigt. Ja, ne? Was mit der? Weiß ich nicht, ich teste. Ist auch zu? Ist auch zu. Verdammt. Du musst hier neben die, ähm... Schwach. Macht ihr denn da? Ich hab hier ein Haus gefunden. Wer möchte mit einziehen? Wir müssen hier hoch. Ja. Ich glaub schon. Warum hast du die Tür aufgemacht? Mit dem Stein. Wow, es geht einfach alles mit Stein. Ja, warum eigentlich nicht so, Max? Ich hab ein Haus gefunden. Aber das ist wahrscheinlich zu niedrig noch. Voller schöner Haus. Das könnte... Mit dem Kamin. Mit Kamin? Ja. Ja. Wenn das Haus war so dunkel. Sehr gut. Das ist ein Kamin. Mach mal an. Mach Feuer. Hier hier oben ist nix. Da schnickst du mal meinen Kopf rein. Ja, guck mal nach. Doch, hier ist... Hier ist ne Tür. Ist auch noch ne Tür. Die Tür ist nur Deko, aber hier ist auch ein kleines Haus. Hier ist auch ne Treppe. Ich geh mal hier hoch. Ach warte, ich kann ja auch das Tor aufmachen. Ach so, cool. Warte, warte, warte. Hier ist nix. Das ist ein blöder Wiegel. Oh, das ist voll... Boah, voll tricky. Wow. 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 Das ist so tricky. Das ist so schwierig. Ja, Matze. Dann wollen wir nicht mal alles besser. Ja, aber ich glaube, das ist... Manchmal. Ich glaube, das ist nur Deko. Das ist nur Deko. Wir können ins Wasser springen. Ihr könnt auch zu uns kommen. Wir machen immer was anderes, ne? Das sage ich auf einmal nix mehr. Wir machen was, ob ihr was. Geh nicht zu euch. Du sollst gar nicht so schnell reagieren. Ja, ne? Oh, warte, warte. Wo seid ihr denn? Nein, na. Schlender, Schlender. Ihr seid durch die aufgebrochene Tür, ne? Ja. Ja. Wissen wir da echt hoch? Das sieht voll kacke aus. Oh ja, da oben ist noch ein Katapult. So. Und. Drei, zwei. Nee, ich glaube nicht. Wollen wir noch was anderes drunter schieben? Die Brücke ist kaputt, Pixel. Da passiert nicht viel. Oh, warte mal. Ja, wir können, ah, hier. Ja, genau, das Ding da hinschieben. Den kannst du nicht schieben. So zweit oder viert bestimmt. Gibt mal an. Ja, ja. Ja, hervorragend. Aber man kann am Rad drehen. Ja, ich dreh gerne am Rad. Können wir jetzt das Ding dazwischen etwas? Aua, warte. Ich möchte das gerne hinten an der Brücke haben. Das geht nicht. Jemand muss vorne an den Rädern, ja. Oder an dem Ziehding da. Warte, 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 warte. Ja, genau. Nee, wenn ich... Wo wollt ihr denn hin? Ja, so genau, richtig. Ja. So und dann ziehen. Hervorragend. Wir schaffen das. So, nach da. Ich lass mal los. Dort hier. Das sieht gut aus. Ja, und wo willst du da oben dann weiter? Über die Brücke. Ja, und dann? Au, ich hänge fest, Hilfe. Ja, ich helfe dir. Warte, ich schiebe den Wagen noch ein bisschen. Da ist doch nichts. Ich stecke zwischen dem Rad und dem... Hallo. Hi. Entschuldigung. Was denn? Hallo. Was denn? Ich stecke fest. Matze da ganz oben ist noch ein Katapult. Hier wird nicht rumgespielt. Sie ist den Wagen weg. Nein, Mensch. Ich hänge fest. Jetzt stell dich mal nicht so an. Was macht sie denn? Ich hänge fest. Ja, sie stellt sich nur ein bisschen an. Sie ist da so ein bisschen indisponiert. Indisponiert. Ich gucke wirklich... Warte mal, ich will mich an der Pixel ziehen, nicht am Wagen. Oh, Mann. Ja! Ich sag doch, sie stellt sich an. Ich bin frei. Aber jetzt ist das Ding wieder verschoben. Nein, das Ding ist super. Warte. Das Ding ist super. Ich schmeiße das jetzt einfach ins Wasser. Bist du gerade oben, fällt es wieder runter. Warte, warte, warte. Ja, ja, ja. Nein, 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 nein. Nein, Wohlwinn. Nein, Wohlwinn. Nein, Wohlwinn. Nein, Wohlwinn. Hilfe. What are you doing? Nein. Warum? Feste. Feste ziehen. Keine Chance. Ja, dann hängt der mit dem Rad in der Luft. Ach, das geht so. Das geht so. Lass das so. Das mach ich, aber das passiert nicht. Geht nicht. Lass das einfach so. Das funktioniert schon. Na, mal gucken. Das sagst du jetzt so. So. In deinem Jugendlichen leichter. Oh, kacke. Mein Spruch. Aha. Warte mal. Wie kann das? Sieht super aus. So. Alles klar. Nein. So. Jetzt kann ich hier. Nein. Jetzt passt auf. Drei, zwei und. Ja. Hervorragend. Ich glaube, wir füllen die 15 Minuten mit dem hier hochspringen. Es sind schon 18. Ich habe mich darauf geachtet. Achso. Die Folge wird einfach 20 Minuten lang. Das passt schon. Kann mir vielleicht mal einer helfen? Ich habe eine Idee. Ah, fuck. Wo ist denn? Wobei denn? Wieder zurück. Aber hier sieht es doch gut aus. Wir müssen hier lang. Warte. Ja. Ich bin unterwegs. Und darum ist noch ein Katapult. Bin nicht so schnell. Hicke Beine. Ich habe mir gedacht, den zweiten Wagen und dann einfach aufs Dach. Weißt du? Ich bin treff runtergefallen. Moment. Ja, klappt. 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 Ein Fass. Klappt. 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 Ich möchte weinen. Oh nein. Warte. Wir treffen knapp. Falsche Richtung. Ah. Ich. Das. Ah. Gleich geschafft. Ja. Oh je. Das klingt wie... Das klingt nach Kreißsaal. Vielleicht könnt ihr damit noch mal anfangen. Oh nein. Nein. Was? Das klingt nach Kreißsaal? Wir haben es gleich. Gleich ist es durch. Ja. Es liegt aber auf der Seite. Ich habe euch da einen Fass hin geworfen. Wollen wir das umdrehen? Also ich loslassen. Ich loslassen. Dann rutscht es wieder weg. Lass meinen Fuß mal bitte los. Entschuldigung. Das war keine Abs. Wow. Warte. Das muss von der anderen Seite. Aber ich schieb mal. Ja, schieb einfach mal. Warte, warte. Jetzt, jetzt. Der hatte gerade so einen Drang nach... Ja, ich habe euch wohl gesehen. Ach da, da kommen sie doch. Jetzt, jetzt, warte. Jetzt. Ja. Ja, nein. Ich lasse sie loslassen. Nein. Ich habe keine Ahnung, was ihr da macht. Dinge. Ja, warte mal. Das geht doch so auch. Was denn da? Wir können ihn auch einfach wieder... Ja, man kann ihn auch nicht ziehen. Warte. Schauen wir das? Oh Gott. Natürlich nicht. Pass auf, der darf nicht ins Wasser fallen. Okay. Komm schon. So. In der Nikolaus. Oder was ist denn jetzt hier los? Ruprecht? Hier, ich habe hier was. Nikolaus Knecht Ruprecht. Hier. Meine Route. Der Nucht. Sieht aus wie eine Zuckerstacke. Ja, nicht so weit rein. Okay. Können wir uns da hinten dran festhalten? Oder so? Ich glaube, wir müssen... Müssen wir nicht einfach hier dran springen? Das schaffen wir, glaube ich, nicht. Mein Po kommt nicht aus. Ja, ja. Ja, deswegen versuchen wir mal... Da. Warte, ich springe aus dem Weg. Bringt das jetzt was? Glaub, das war doch nicht. Ich weiß noch nicht. Warte. Da oben ist eine Glocke. Ich gucke mal bei euch. Ich kann so da links an der Wand hochspringen. Geradeaus habe ich nicht hinbekommen gerade. Ja. Oh. Was ist denn hier mit? Wo seid ihr denn überhaupt? Ja, das müsste gehen. Und warum macht ihr nicht hier weiter? Weil dich da hinten diese Dinger nicht hochkommen. Nein. Hilfe. Ja, ich kann dir leider nicht helfen. Ja, ich habe es geschafft. Hast du es? Ja. Ich bin mit dieser Zuckerstange hier drin. Das hat irgendwie nicht so gut funktioniert. Ich kann nicht loslassen. Also schon loslassen, aber im richtigen Moment. Oh. Das ist... Das klappt nicht. Ja. Oh, wir können gleich rutschen. Beschafft. Ihr seid doof. Was denn? Komplett die Orientierung verloren, wo ihr überhaupt seid. Hier, also ich bin hier hinten. Ihr seht mich. Da, hier. Guck, ich winke. Hier ist ein Hamsterrad. Ich gehe da rein. Hallo. Ich komme da nicht hoch. Mach jetzt. Stron. Lass mich ruhig zurück. Das Stück ist in Ordnung. Stron. 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 Ach, da hinten. Ja, hier oben. Ich habe euch sogar ein Fass da unten hingeworfen. Mit dem könnt ihr sogar auf den Wagen klettern. Ich versuche mal deine Zuckerstangen-Taktik. Ah, wir können den anderen... Wir können den Wagen daneben stellen und dann damit auf den anderen Wagen klettern. Ja, nur weil wir beide zu faul sind, dieses Ding jetzt so. Ich kriege das auch nicht hin. Nein, das macht auch keinen Spaß. Ja. Nein. Nein. Okay, weiter dreht es sich nicht. Äh? Bin ich jetzt hier hingekommen? Hi. Äh, ja, ich bin nur ins Wasser gesprungen und war drüben. Ja, ich habe hier einen Checkpoint gemacht. Die anderen könnten sich jetzt einfach umbringen und dann wären die auch hier. Okay. Okay. Ja, einer muss ins Rad und laufen, oder? Ich habe das schon gespannt. Da ist jetzt... Ach so. Ich glaube, der Stein ist jetzt nach oben gezogen. Hi. Vielleicht war das auch die falsche Richtung. Habt ihr echt mit umbringen? Ja. Eigentlich ein bisschen low, aber na gut. So. Oh, da ist ein Stein hoch. So. Jetzt könnt ihr da drauf und dann kann ich euch nach oben ziehen. Susi. Ja, ich. Klok, klok. Klok, klok. So, wollen wir erstmal die Folge kurz beenden und dann... Ich hätte sonst gesagt, wir machen das Level hier noch und dann... Ja, los. Dann machen wir das Level dann eben fertig. Auf geht das. Oh Gott. Festhalten. Festhalten, Pixel. Du rutschst runter. Einfach nach hinten laufen, nach hinten laufen, nach hinten laufen. Mozart hat uns alle mit Rotter gezogen. Gut gemacht, Mozart. Nein, ich habe euch alle noch stabilisiert. Ihr seid voll die Profis. Ich glaube, wir sollten uns verteilen auf dem Stein und nicht alle auf einem... Oder am Stein festhalten. Oder so. Das geht auch. So, jetzt alle schön festhalten. Warte, ich bin doch nicht oben. Warte, ich bin doch nicht oben. Festhalten. Warte, ich bin doch nicht oben. Ich halte mich fest. Ja, alle fertig? Ja. Gut. Bereit, ich bin bereit. Geht los. Nein. Tschüss. Ich habe mich doch festgehalten. Was ist denn das für ein Scheiß? Das ist ein super Plan. Moment, Moment. Aber wir müssen das tun. Moment, nicht so hoch. Nicht so hoch. Warte. Doch, ein bisschen höher. Ein bisschen höher. Viel höher geht nicht. Bis Pixel. Mann, das klappt so nicht. Oh, könnt ihr jetzt mal, macht ihr mal das Hamsterrad. Das ist ja tragisch. Ohne Pizzi. Hä, wie geht denn das? Nicht das Rad bewegen. Also. Oh Gott, ich bin oben. Okay. Hä? Jetzt backt der Stein rum. Stein backt. So, jetzt runter. Warum seid ihr denn jetzt alle noch wieder unten? Weil, weil. Das war noch nie oben. Ich wollte gerade sagen, weil wir nie oben waren. Ah, toll, die Tür geht auch nicht auf. Ja. So muss ich immer mit ihr Kopf halten. Warte, warte, ich muss mich noch am Seil festhalten. Bin ich am Seil? Ja. Warte so. Oh Gott. Ich versuche den Stein gleich zu stabilisieren. Okay. Fertig. Ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht. Geht doch. Er greift nicht nach dem Stein. Wie kommt denn Pixel da hoch? Ähm. Warte ich. Ich hab den Stein. Okay. Ich auch. Kann ich loslassen? Nein. Oh oh. Ich hab ihn viel mehr als André. Ich hab ihn. Ich bin drüben. Oh Pixel, warte. Ich schmeiß dir in die Platte runter. Ich hab hier einen Stock. Nee, hier. Hier, nimm das lieber. Hallo. Entschuldigung. Was denn? Hier. Nein, das werden wir wahrscheinlich brauchen. Ah. Wir brauchen hier oben. Ja? Warte. Kann ich meinen Stock mitnehmen? Halt dich einfach daran fest und wir ziehen dich hoch. Warte ich nehmen meinen Stock mit. Ja, genau. Halt dich einfach an. Halt dich einfach an. Warte. Mach es den scheinen Stock weg. Mann, hast du deinen Stock an. So. Bist du dran? Nein, noch nicht. Warte. Fass dich das Ding überhaupt an? Nee, du fasst mich an die Hosentasche. Ich bin dran. Oh, mach ruhig weiter. Oh, jetzt hab ich. Ich hab's. Ich hab's. So, ziehen. Matze, wir könnten hier deine Hilfe gebrauchen übrigens. Was machst du denn da hinten? Matze, du Anti-Mate. Hallo. Falsche Richtung. Spring mal ein Stück. Wurbeln. Spring mal. Haben wir den Tag gerettet hier. Matze. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Matze. Voll, danke. Kannst du mich mal wieder reinziehen? Bitte. Nein, nein, nein. Hey, 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 Leute. Ich glaub, das geht mit dem Stock 1. Ja, Matze zieht an mir und Wurbeln zieht an Matze. Ihr macht das schon, ich vertrau euch. Das funktioniert nicht. Ich glaub, das wird nix. War das Andres Plan? Ja. Ja, komm, da kann sie von vornherein. Da geht's doch. Da geht's doch. Los, kommt schon. Okay, pass mal auf. Pixel, du machst jetzt folgendes. Du schmeißt die Platte einfach ins Wasser und wir versuchen das mit dem Stock noch mal. Nein. Los, los, los. Jetzt. Wir brauchen die Platte hier oben. Macht schon. Ja, deswegen soll sie die ins Wasser schmeißen, damit die hier oben respawnt. Macht schon. Ich hänge in der Luft. Aber kann sie nicht, wenn sie, wenn sie nicht festhält, können wir die Platte dann nicht wieder hochziehen? Weiß ich nicht. Pixel, lass mal los. Wenn der Matze helfen würde, würde das vielleicht funktionieren. Ja, das funktioniert, das funktioniert, das funktioniert. Guck mal, Pixel hilft noch von unten. Mein Gott, das ist ja richtig anstrengend. Matze, zieht mir die Hose auf. Geil. So, jetzt, Pixel versuchen wir jetzt noch mal mit dem, mit dem Dings zu bekommen. Mit dem Stückchen. Schmeiß mal das Stückchen hoch, das ist ein bisschen leichter. Boah. Wollt? Ja, 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 warte. Will hier nur Deko? Ja. Warte, noch ein Stück. So, und jetzt zieht an mir ziehen. Oh, zieht an mir. Ach so, warte. Zieh an Vulven. Zieh an mir. Nicht da, nicht da. Aua. Ich komm ja nicht mal ran. Warte. Los. Ich hab mir die beste Stelle ausgesucht. Stopp mal. Wow. Doch, warte, das geht. Ja, ja, das geht. Ja, weiter. Weiter, weiter. So. Matze. Ich bin noch nicht oben, Leute. Weiter. Ja, festhalten, festhalten. Irgendjemand muss mal den Start festhalten oder Pixel da hinten hochziehen. Warte, ich komme, ich komme, ich komme. Mach dir der da. Ich verstehe auch gar nicht, warum sie mir das Ding so rumgegeben hat. Ja, los. Hilfe. Warte mal, ich packe da vorne weiter an. Ja, ich wollte gerade sagen, einer muss einfach vorne anpacken. Hilfe. Da ist sie doch. Da ist sie. 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 Oder mein Po. Ist wie geil. Nimm irgendwas von mir. Nimm irgendwas von mir. Ja, 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 ja. Ich glaube, die Stange können wir mal loslassen. Ja, lass die Stange loslassen. Oh, Gott. Oh, krampere Finger. Yay. 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 Ich wollte eigentlich nicht wieder runterspalzen. So, da oben ist ein Hebel. Ja, wir müssen hier, hier geht eine Treppe hoch. Wir müssen diese Folge noch beenden. Wir sind schon fast bei 30 Minuten. Ja, dann müssen wir jetzt mal die Folge beenden. Nein, ich meine das Level beenden. Ach so. Damit wir dann die Folge beenden können und aufhören können. Ich gehe rutschen. Hier geht eine Treppe hoch. Ja, hier durchs Fenster, oder? Hier ist auch eine Tür. Ach so, nee, durch die Tür. Wieso nehme ich nicht die Tür? Ich habe irgendwas gefunden. Wir müssen hier oben ansehen. Müssen wir aufs Dach? Hier ist auch eine Rutsche. Guck mal, wir können hier rutschen. Ja, und wie landest du da? Auf der anderen Seite? Hast du gerade das... Was ist mit dem... Warte mal. Wir müssen das hier. Oh, das hat nicht so gut funktioniert. Aber du kommst noch wohl. Warte mal. Warum machst du... Aua. Was denn? Du hast meinen Plan zerstört. Ja, du wolltest aufs Dach. Ich auch. Jetzt lass das da liegen. Da ist das viel besser. Lass uns das doch mal richtig hinstellen. Ja. Ja, sieht gut aus. Das geht nicht zu zweit. Ich hab damit angefangen. Ja, dann mach's alleine. Ja, lass mich das doch einfach mal machen. Na, ich werde da machen. Was? Super machst du das. Hör die Klappe. Ja, fast. Dann macht ihr die Tür zu. Das ist so geil. Das Fass stand fast und komplett kultiert. Hat das irgendeinen Sinn? Sie wollten, glaube ich, aufs Dach. Was wollt ihr da? Ach, leck mich das. An dem Seil rüber. Aber an das Seil kommen wir nicht ran, Leute. Wir müssen über die Rutsche rüber. Ja. Bin ich mir sicher. Ich rutsche jetzt. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh mit deinem scheiß Fass. Geh aus dem Weg, Mann. Ich war hier zuerst. Das ist doch... Ja, 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 ja. Tschüss, Susi. Huch. Susi, zieh mal in meinen Kopf. Wie ist denn das passiert? Susi, zieh mal in meinen Kopf. Warte, 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 warte. Au. Nein. Die scheiß Tür. Ach, ich lasse nochmal los. So meint ich. Dann komme ich auch drüben an. Ja. Dann komme ich nicht drüben an. Was ist denn das für ein Mist? Kann ich hier nicht drüberspringen? So. Was ist das? Nee. Nee. So ziehst du dich nicht hoch. Nicht. Ja, das ist voll schwer. Bin ich da doch einfach... Ja, genau. Ach, hervorragend. Wir sind gut. Mir auch. Steht die blöde Toni hier vor dem... Nein. Nein, 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 nein. Nein. Oh, 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 oh. Leute, ich habe da ein Malheur gemacht. Ein Malheur. Müssen wir die Pampers schon wieder wechseln? Oh. Ich stürze mich mal an den Tod. Wo lande ich jetzt? Na. Ach, da. Sehr gut. Warte, Susi. Warte. Ich glaube, die muss da rüber. Ah, mit dieser komischen Stange oben reinhängen an das Kabel. Ach so, ja, dann gib die mal her. Oh nein. Ja, Matze, hast eine geile Idee gehabt. Ja, Matze, hast du ausnahmsweise mal eine Idee gehabt. Und dasselbe machen wir jetzt auch. Ja, ich bin nur nicht runter, das ist das Problem. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Ja! Wie soll ich die Stange denn durchs Haus kriegen? Ich weiß nicht. Ja! Könnt ihr da oben mal... Könnt ihr mal aufhören zu rutschen? Wir sind doch drüben. Drüben im Gegensatz zu euch. Aber hier drüben geht's nicht. Ja, und da drüben ist nix. Ach, klar. Nein, ich falle, ich falle... Oh, 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 oh. Bleib da oben. Da geht's halt weiter. Bleib auf dem Dach. Ich versuch's. Ich... An, stell dich doch auf, du blödes Fass. Es sieht gut aus. Es sieht... Nee. Nicht wirklich. Egal, es geht bestimmt auch so. Ja, bestimmt. Ich hab die jetzt ans Haus angelehnt und komm jetzt ins Stockwerk höher. Oh, oh, oh. Warte, warte, ich muss mehr Anlauf nehmen. Wo ist mein Fass? Oh, Fass, jetzt wieder runter. Hi. Was machen die denn da hinten? Ich weiß nicht, ob das klappt. Wir müssen das Fass wieder hinstellen. Dann klappt. Ich hab's. Ich hab's. Komm, scheiß drin. Du hast was. Warte, wir müssen das hinstellen. Ich hab die Stange, aber du bist dran. Ich krieg die so los. Ja, ich hab die... Warte mal, ich zieh die auch so ein bisschen rum. Wie ein bisschen rum? Lass die einfach mal los. So, nach hier. Ich zieh die ganze Zeit. Ja, jetzt. Ja, ich hab's. Baucharbeit. Blöde Arschkiste. Ich komm auch ohne Fass aufs Dach. Sehr gut, Susi. Ja, das ist super, ne? Ich versuch's. Du bist so ein richtiger... Halt! Ah, scheiße. Richtiger Fassaufstellerprobe. Ja, ich mach mal ein Fass auf. Bist du gerade runtergefallen? Nein. Aber das geht auch, wenn's liegt, glaub ich. Da steht's gut. Da steht's richtig gut. Ich will auch... Jetzt musst du's nur schieben. Nein, 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 nein. Und da ziehen. Also dieses Level ist unglaublich lang. Ja. Sieht so herrlich aus. Ja, das ist gut. So, jetzt... Mach das. Mach das. Du musst mir die Stange angeben. Ach ja, die geschickt. Ja, perfekt. Ich falle. Ich falle. Ja, du fällst auch immer vom Dach. Warum? Jetzt gib mir einfach die Stange. Ja. Gib mir deine Stange. Jetzt kommen wir nicht mehr hoch. Warte mal, ich geb dir die mit dem richtigen Ende zuerst. Wenn du beim nächsten oben bist, geh ich aufs Fass. Ja, warte. Warte mal, da muss ich mich ganz weit unten festhalten am besten, ne? Ah. So, hier. Ich weiß es. Ach, das ist nur so flach. Du, die... Nein, nein. Warte, ich stelle es wieder hin. Wo seid ihr? Was macht ihr? Oh mein Gott. Ich mach das. Ich mach... Ich tue es den Mädels jetzt schlecht. Ich halte fest. Das ist... Nee, aber wir kommen da oben noch nicht in das Fenster rein, glaube ich. Nee. 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 Aber da oben ist noch nichts. Aber wir müssen doch hier irgendwo weiterkommen. Der Ansatz war gut. Der Ansatz war gut. Jetzt kommt wohl. Bitte was? Ich verstehe es nicht. Doch, wir müssen da hoch. Da oben ist ein Hebel für das Tor. Na, natürlich müssen wir da hoch. Natürlich. Selbst natürlich. Natürlich, natürlich. Wir können ja auch helfen, ne? Natürlich. Nein, nein, das fasst, das fasst, das fasst. Nein. Hals fest, hals fest. Ich hab's. Wir hatten das da so schön hingestellt. Wir haben da so schön umgeschmissen. Wir mühen uns hier ab mit der Rutsche. Das geht doch auch so. Glaublich. Ja, das hat super funktioniert. Ja, ja, das... Ey, war noch nicht fertig. Du machst hier so lange rum. Warte. Wow. Hab doch mal ein bisschen Geduld. Jetzt steht's gleich. Das war meine Verdienst. Ja, ist klar. Dein Verdienst. Du schmeißt es jetzt wieder um. Das steht noch nicht mal richtig. Warte. Warte. Eins, zwei, eins. Ja, Matze, das ist eine gute Idee. Ich schau's auch mal hier am Strand. Ein bisschen chillen. So, wir machen die ganze Arbeit wie immer. Na. Und wir sind gerade alleine am Rennen. Achso. Schön. Schön. Ich find's schön, dass wenigstens Pixel mich anfeuert. Ich bin drin. Was geht doch? Oh Gott. Und jetzt? Ja. Ist da nix, oder was? Oben durchs Fenster. Er ist, glaub ich, schon drin, aber... Achso, ich bin drin, aber hier ist nicht viel. Ach, wir müssen... Doch, das muss da hochgehen, da, da. Ufi, geh mal weiter. Ja, warte. Ja, warte. Da ist nicht viel. Hier ist Klippe. Ich, oh Gott. Ähm. Hier ist Klippe. Ja. Ich komm nicht. Da bin ich durchgestiegen. Nein. Das ist das andere noch. Ganz Arbeit umsonst. Sonst wollen wir uns die Rätsellösung nicht fürs nächste mal aufheben. Würde ich auch sagen. Moment. 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 Ein Schelm würde Cliffhanger sagen. Wow. Wir sind wie Game of Thrones. Ja. Nur teurer produziert. Weniger Sex. Ja. Ah, hier geht's weiter. Bis wir ein bisschen gefummelt haben wir auch. Ja, gut. Das ist ja nicht. Das ist gut. Ja, wir sind nicht verbreitet. Nein. Hier geht's weiter. Was, aus dem Fenster raus? Boah. Oh oh. Ja, das ist... Was tust du? Du musst mich festhalten. Ich muss da wieder rein. Ja, warte. Aus dem Fenster raus. Warte, warte. Ich fass an. Und so. Ja. Geil. Geil. Okay, komm. Dann machen wir hier einfach Schluss. So, ich mach Schluss mit dir. Tschüss. Warte, wir haben gerade gesagt, wir hatten zu wenig Körperkontakt hier. Nicht so wie bei Game of Thrones. Wir müssen mehr anfassen. So. Geht nicht so gut. Das ist... Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.